Ryan Reynolds hat schlüpfrige Details über sein erstes Date mit Blake Lively ausgeplaudert. Auf die Frage hin, wann der Star denn gewusst habe, dass Blake die eine für ihn sei, gab der Schauspieler zu, wahrscheinlich nach dem Sex. Weiter berichtete er, dass es gleich beim ersten Date des Paares heiß hergegangen sei. Bei einem Tanz in einem New Yorker Restaurant seien sie sich nämlich sehr schnell sehr nahe gekommen. Danach habe der Darsteller sie heimgebracht. Ryan wollte zwar nicht im Detail ausführen, was danach passiert ist, doch den Rest kann sich jeder selbst denken. Oh la la, viel Schlaf haben die schöne Blondine und der Frauenschwarm sicherlich nicht bekommen.